Das ist voll kacke, das ist voll unscharf! Mist! Kacke! Hey Dan, das ist voll kacke! Das geht schon. Das ist hier, wo ich mich rausfühlen. Hallo! Das ist grad voll spontan gekommen, das Video. Ich hab einfach gefragt, mach ein Video! Ich hab voll wenig Akku. Verschnallt sie mal in Kraft! Hallo Julia, falls du was siehst. Eine bestimmte Julia. Nicht die Julia, was mir vielleicht zuschaut, eine andere Julia. Ich mag den Nachnamen jetzt nicht sagen. Julia. Ja, eine bestimmte Julia, was ich kenn. Nein! Die Julia weiß ich, wenn ich mich meinen. Das Video ist so unnützig. Aber ich nenne jetzt erstmal nicht unnützig. Mein Tag ist nicht unnützig! Nein, das Video, was ich grad mach. Auch nicht. Ich nenne einfach spontan das Video. Das Video. Man kriegt dieses Video nicht. Was machst du da? Ich baue ein Essensplatz. Wusstet ihr eigentlich, dass wir in einer... Das Video ist so ein bisschen zu wohnen. Das war früher keine Wohnung. Oh ja! Das waren mehr... Das waren mehr Familienhaus. Das war ein mehr Familienhaus. Ja, obwohl eigentlich, dass das jetzt ein Haus für uns. Weil es bringt ja nichts, wenn. Das sind eine Familie. Ja. Als ob wir keine Familie sind, kann ich jetzt. Warum ist hier unten ein Eisblock? Und da unten kann man dann baden. Boah, vor der... Ja, aber das Problem halt. Im Winter ist als kaltes Wasser. Ja gut, dann geht man halt in die Vernichtung. Und dann... Ja so. Und im Sommer ist ein... Dreibad. Mit einer Eisschicht obendrauf. Ja. Ja. Auch ganz normal. Ja. Ganz normal. Hm. Diese Videos... Ich war im März ja gar nicht aktiv. Ich habe zwei Videos gemacht. Das weißt du eh noch. Ich habe letztes Jahr fast gar keinen Bild gemacht. Let... Heuer war ich voll unaktiv. Ich hatte die Wissenheit, was heuer heißt. Heuer heißt dieses Jahr für alle die Deutschen. Ja. 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 Dieses Jahr. Heuer. Dieses Jahr. Und jetzt wo ich fertig geworden bin... Ich schneide es einfach nicht mehr. Geil. Im März habe ich noch... Im März ist so viel los gewesen. Da habe ich ein Auge... Grüezi miteinander. Grüezi. Man, dieses Video. Grünzeug miteinander. Ähm... Wir kommen nicht aus das Schwarze. Nein, nein, nein. Wir kommen aus Österreich. Naja. Grüezi. Es ist kein... Es ist nicht franzistisch oder so. Es ist auch keine Beledigung. Nein. Einfach nur lustig. Weil... Grüezi hat sicher dann die Kunst. Keine Diskriminierung. Nichts. Ja. Einfach nur... Das wir das haben... Wie viel mit den Entsagen. Wie viel mit den Entschwenden Pressen? Ja. Wie viel mit den Entschwendenresen? Das ist mich sonst kacke. Das sieht man sofort, wo wir wohnen. Sieht man mich? Nö. Echt nicht? Dein Kopf. Deine Haare vielleicht. Doch immer nicht. Ja, heuer fiel mich auf jeden Fall in den Garten, wo wir Feuerwerke anzünden. Das ist versprochen. Jetzt habe ich es irgendwie verpasst. Gott, ich wollte eigentlich ein Haus bauen. Was habe ich jetzt? Ein Bad. Das ist dein erstes Platz. Ja, wir können nicht singen. Und ja, das ist November. Aber... Okay. Warum habe ich eigentlich meine Häuser nicht hier gebaut? Warum? Warum muss ich das da drüben? Frag nicht. Der verschwemmt sich gerade alles. Kati. Was hast du gemacht? Das sind Grüezi. Grüezi heißt Hallo, grüße euch. Grüße dich. Grüße sie. Grunze. Grunze. Grunze ist alles überschwemmt. Ein Horst steht voller Massen. Ey, ich glaub das geht immer weg. Und der Baum ist heuer wieder gefehlend. Und dann. Und dann. Und dann. Ah, mein Gott. Warum? Wer klickt? Irgendwer ist da. Was war es mit dem Video? Tschüss. Vielleicht sind sie auch mal super oder so. Tschüss. Tschüss.